Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Outlaws of the Old West. So, Weidraut, mein treues Ross. Ah, schön. So, äh, nein, vorher wollen wir den Ressourcenstein noch abbauen. So, und zwar am besten mit der Pickaxe. Wenn wir zurück sind, dürfen wir nicht vergessen, ich brauche eine neue Holzflax, die Holzflax, die Holzflax, so, ja, 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 so, sehr, sehr gut, so. So, ich glaube, dort geht jemand. Es sieht schon cool aus. So, meine liebe Weidraut, meine liebe Weidraut, meine liebe Weidraut, Weidraut, schauen wir mal. So, da vorne ist Hanf, den holen wir uns gleich und nochmal Eisen. So, stehen bleiben. Auf Hanf kann ich nicht verzichten. So, und hier Ironore. So, dann schauen wir mal. Ironore, Ironore, Ironore. Ja, wir kriegen ja auch Stein dabei, das ist gut. Weil ansonsten, nachdem ich keine Steinblöcke mehr gefunden habe. Jetzt geht's wieder. Nein, nein. Da hinten beim Baum, oder? Ja, das ist aber mehr als einer. Nein, und weiter, und weiter, los. So. Hey, Moment. Ja, jetzt läufst du. Nein. Ah, wieso? Ja, der verpässt sich dann immer so hässlich. So, wir haben noch 84 Pfeile. Ich würde gerne schauen, Weidraut, wie es dir geht. Ob er sich in dir verbissen hat, das wäre nämlich unangenehm. Ist er jetzt weg? Ah, da hinten, oder? Weiß ich, so finster. Ja, da ist er. Sag mal. Und es ruckelt, es ruckelt. Bei der Jagd mit dem Pferd, es ruckelt. Wie geht's dir? Dir geht's gut. Ja, schön. Das freut mich. So. Moment, das haben wir auch weg. Und die Beeren haben wir auch weg. Nur das Fleisch. Okay, das hält sich noch. So, so. Das hält sich, glaube ich, nicht mehr lang. Na ja. So, wir haben auch gut. Ah, wir haben gut Erz bekommen. Sehr gut. Das freut mich auch sehr. So, Hanf. Viel, viel Hanf. Oh, Kohle ein wenig. Super. So. Schauen wir mal. Okay, da wäre Schwefel. Nehmen wir den Schwefel noch mit oder reiten wir schon nach Hause? Lieber wären wir natürlich Ironore. Vorher landen das doch zwei Wölfe, oder? Aber wir schauen, ob wir durch Schwefelabbau einen Wolf erscheinen lassen. So. Da, 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 da. Nö. Gut. Beitraut. Okay. Ach ja. So. Nein, 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 nein. Lass mich weg. Lass mich weg. So, jetzt geht's. So, da läuft er noch hinterher. Wir laufen eine Kurve. Wir erholen uns ein wenig. Ja, ich könnte auch mit dem Speer. Ja, nein, nein, ich möchte weg. Ich möchte weg. Ah, verdammt. Ah. Ah, dass sich der dann immer so festhängt. Hm. Ja. Ja. Ja, unabhängig davon finde ich ziemlich cool, dass wir jetzt wieder zu Hause liegen. Wir brauchen einen neuen Schlafsack, aber... Hi. Schlafsack. Da, 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 da. Der Schlafsack. So. So. Tür zu. So, den Schlafsack legen wir ab. So, wir brauchen... Äh, was braucht man schnell dafür? Nein, nicht hier, sondern da. Und zwar dafür brauchen wir Ironore 10 und Holz 10. Wobei, eigentlich brauche ich gar nichts, weil... Moment. Oh ja. Ich nehme das mit. So, Ironore und Holz. Haben wir das überhaupt noch? Holz und Ironore. So. Holz und Ironore. Und ihn hier. Ja, da bin ich gespannt. Ich baue mir auch eine. So. Das Holz und Ironore tragen wir zurück. Die Tür schließen wir und dann machen wir uns auf den Weg. So. Holz. Ironore. Das können wir alles weglegen. So. Tür zu. Wie man manchmal festhängt. So. Das brauche ich hier. Das brauche ich hier. Und die Schaufel brauche ich eigentlich gar nicht. Die wollen wir später testen. Oder? Ja, die wollen wir später testen. Aber ich nehme sie mit. So. Schaden. Kann es nicht. So, Moment. So. Na, meine Lieben. Das war aber aufregend. Und schon wieder gegen einen Büffel gestorben. Ich muss sagen, ich bin in dem Spiel, abgesehen jetzt von Banditen. Das war nicht Pro. Ja. Ich habe nur das Gefühl. Ich habe nur das Gefühl, dass ich tatsächlich festgepackt bin. So, ein weißer Wedelhirsch. So, da laufen wir mal weiter. Ich glaube, wir waren aber ziemlich weit weg. Wir hätten zurückkehren sollen. Und, warum? Das geht schon. Wir kriegen das hin. Und holen uns Weitraut. So, wir schauen dann gleich, wie weit wir schon sind. Ups. Manchmal ruckelt so seltsam. So, ne? Ja, geht doch. So, ein Drittel, ein halb circa. Der Wegstrecke haben wir jetzt zurückgelegt. Außerdem müssen wir in der Nacht sowieso was tun. Und warum nicht laufen. Schön. Heute ist es vier. Ich schätze mal, um fünf haben wir Weitraut erreicht. So, immer ein wenig laufen, ein wenig joggen. So, wichtig auch meine Kleidung. Vor allem die strahlend, leuchtend weiße Weste, die wir da haben. So. Ich schaue die ganze Zeit, ob ich da irgendeine Gegend schon kenne. Ja, diese gerade Biom-Linie. Ja. So. Aber sonst. Da, 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 da. Im Laufen die Steine aufheben. Oh, Baumwolle. Die will ich schon mitnehmen, weil... Da kann man was Schönes nähen. So. Da, die Biom-Linie. Jetzt schauen wir noch. Ja. Da, 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 da. So, Pferdchen. Da wäre ich aber traurig, wenn Weitraut jetzt weg wäre. Aber Weitraut wird tief. Warum soll Weitraut weg sein? Weitraut ist ein treues Pferd. Sie wartet auf mich. So. Oh. Ah. Die Richtung stimmt. Hanf! So, da fällt es Laufen gleich leichter, wenn ich was zum Lupen sehe. Super. Da, 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 da. Hanf. So. Super. Da, 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 da. Da, da, da. So, und wenn wir Weitraut haben, dann werden wir zurückkehren, noch ein paar Fallen aufstellen und ein Wohnhaus beginnen. So. Oh. Ich level ab während des Gehens. Andere machen es im Schlaf. Ich mache es im Gehen. So. Super. Richtung ist perfekt. Deswegen biegen wir gleich um die Ecke. Da, 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 da. So. Da müsste es irgendwo gleich sein. Weitraut, mein treues Ross. Weitraut. 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 Naja. Ein wenig noch. Ja, Ritabat Lut. Das wäre eine Anwesung. Ritabat Lute. Da, 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 da. Da, 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 da. Weitraut. Edles Ross. Killed by Bison. Oh. Schön, dass du da bist. So. Da. Der Loot All Button. So. Dann können wir das nämlich wegwerfen. So. Oh. Oh. Das Gewand muss ich extra wieder anziehen. Okay. So. Nein. Da, 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 da. So. Die strahlend weiße Weste. Ich habe eine blütenweiße Weste. Nämlich tatsächlich. So. Handschuh. Schuh. Hose. Haben wir alles an. Und Liveal. So. Das hauen wir weg. Das Esmer. So. So. Was. So. Da ist alles gut. Und nein. Die Maus lässt sich nicht mehr bewegen. So. Ähm. Warum mache ich das jetzt? Back. Back. Nein. Sie lässt sich tatsächlich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht vor. Ich kann nicht zurück. So. Äh. Ja. Dann beende ich hier an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid. Aber. Ich beende an dieser Stelle die Folge. Und sage danke fürs dabei sein. Es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.